Die Schulen schicken ihre Schüler auf die Anti-AfD-Proteste und das ist bereits sehr, sehr fragwürdig. Aber ein Lehrer, der treibt es jetzt wirklich auf die Höhe und er vergibt Einzernoten für die Schüler, die zu diesen Demos gehen und alle anderen Schüler werden benachteiligt. Also das ist wirklich unglaublich und verstößt sogar gegen unser Grundgesetz. Alle Details in diesem Video. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich hat Politik an der Schule nichts zu suchen, respektive keine einseitige Politik. Wenn sich die Lehrer in der Schule nämlich mit Politik beschäftigen und das ihren Schülern beibringen, dann müssen sie gefälligst neutral bleiben. Vor allen Dingen deswegen, weil wir in Deutschland ja eine Schulpflicht haben. Und wenn die Kinder also per Gesetz in die Schule gezwungen werden, dann muss der Gesetzgeber auch dafür sorgen, dass die Schule in Dingen Politik neutral bleibt und sie eben nicht für die Ideologie ihrer eigenen linksgrünen Parteien durchsetzt. Aber leider ist das nicht der Fall, da ja viele Lehrer selber an diese linksgrün versiffte Ideologie glauben und da ja ihre Schüler indoktrinieren. Und das auch noch gegen den Willen der Kinder und vor allen Dingen auch gegen den Willen der Eltern. Und jetzt wurden ein paar richtig krasse Fälle publik, die ich euch mal vorstellen will. Das Nachrichtenportal Nio schrieb gestern, fünf krasse Beispiele Deutschlands Schulen schicken Schüler zu gegen Rechtsdemos. Eine Schule in Koblenz unterstützte ihre Schüler beim Besuch einer Anti-Rechts-Demo. Dafür wurden die Schüler sogar beurlaubt. Nios berichtet darüber, das ist kein Einzelfall. Zahlreiche Eltern und Schüler meldeten sich bei Nios. Überall in Deutschland beschweren sich die Eltern darüber, dass die Schulen ihrer Kinder nicht neutral sind. Diese würden von Lehrern animiert, linke Demos zu besuchen und an schulinternen Projekten gegen Rechts teilzunehmen. Tja, meine lieben Zuschauer, so sieht es offenbar an unseren Schulen in Deutschland aus. Wenn in Deutschland für die politische Agenda unserer Ampel demonstriert wird, dann bekommen unsere Schüler dafür Urlaub. Das hat man damals schon bei den Friday for Futures Demos gesehen und jetzt sogar noch viel krasser bei den Anti-AfD-Demos. Und da frage ich mich, wie kann es denn sein, dass die Lehrern den Schülern sogar Urlaub geben, wenn sie auf Anti-AfD-Demos gehen, aber die Schüler keinen Urlaub bekommen, wenn sie zu den Bauernprotesten gehen, wo es ja gegen die Ampelregierung geht. Das ist doch krank. Also Protest gegen die Ampel wird verboten, aber Protest gegen die Opposition, dafür gibt es sogar schulfrei. Und sorry, aber hier kann man wirklich wieder ganz, ganz deutlich sehen, dass die Schulen ihre Neutralitätspflicht verletzen und einseitige Politik machen. Und das ist in diesem Fall besonders schlimm, weil unsere Kinder ja in die Schule gezwungen werden. Ich meine, wenn man keine ARD- oder ZDF-Propaganda hören will, dann kann man einfach den Fernseher ausschalten, dann muss man sich das nicht antun. Man kann aber nicht sagen, dass man jetzt seine Schüler von der Schule nimmt, nur weil dort Propaganda betrieben wird. Im schlimmsten Fall werden dir dann sogar deine Kinder weggenommen. Unglaublich. Aber passt auf, das Ganze wird sogar noch schlimmer. Nios berichtet weiter, Gute Noten für die richtige Meinung. Eine Mutter aus Bayreuth wandte sich an Nios. Ein Politiklehrer aus der Oberstufe habe die Schüler gefragt, wer am Montag auf der Anti-AfD-Domo war. Den entsprechenden Schülern habe er dann eine Eins eingetragen. Ich werde den Teufel tun und mein minderjähriges Kind auf eine Demo lassen, bei der da Gefahr besteht, dass es auf radikale Linke Antifas mit Mordgelüsten und Umsturzfantasien trifft, beschwert sich die Mutter. Der Lehrer soll laut der Mutter in der SPD aktiv sein. Zu Zeiten der Bauernproteste und der Anti-Impfpflicht-Demos hat er nie nach einer Beteiligung gefragt. So viel zur politischen Neutralität eines bayerischen Beamtens fügt die Mutter hinzu. Boah, bitte was? Also das ist ja wirklich der Höhepunkt an krankhaften Verhalten von unseren linksgrünen Politikern und Beamten. Schüler, die die linksgrüne Ideologie unterstützen, bekommen Bestnoten und Schüler, die sich weigern, die schauen dann in die Röhre. Also das ist ja nicht nur ein extrem krasser Verstoß gegen die Neutralitätspflicht des Lehrers, sondern das ist auch ein massiver Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz. Und das ist meiner Meinung nach sogar strafbar und verstößt gegen unser Grundgesetz. Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland sagt, niemand darf wegen seinem Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Glauben, religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Da steht es eindeutig drin, niemand darf wegen seinem politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Aber genau das wurde hier gemacht, indem die Schüler von der Anti-AfD-Demo eine Eins bekommen und die anderen Schüler nicht. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass die besagte Mutter aus dem Nios-Bericht eine Strafanzeige gegen diesen Lehrer stellt und der seine Zulassung verliert. Weil solch ein Missbrauch der eigenen Stellung als Erziehungsberechtiger darf auf gar keinen Fall geduldet werden. Und noch ein drittes Beispiel, wo Nios über einen Fototermin an der Schule schreibt gegen rechts. Es wurde per E-Mail eingeladen und dort stand, liebe Schulgemeinschaft, lasst uns gemeinsam ein Zeichen gegen die AfD und deren Ideologie setzen. Wir wollen zeigen, dass wir eine offene, tolerante Gesellschaft stehen und uns entschlossen gegen Ausgrenzung und Hass aussprechen. Abgerundet wird hier unten mit der Aussage Nie wieder ist jetzt und der Stammtischparole Menschenrechte statt rechte Menschen. Tja, und so sieht es leider aus. In ihrer vollkommen ideologischen Verblendung bekommen diese linksgrünen Schulen es nicht mal mehr auf die Reihe zwischen rechts, rechtsradikal und rechtsextrem zu unterscheiden. Und das ist das Kranke. Links sein ist toll und völlig legal, aber wenn du rechts bist, dann wirst du ein Opfer von einer massiven Hetzkampagne an deiner eigenen Schule. Und wir erinnern uns, du bist in Deutschland mittlerweile ja schon rechts, nur wenn du Mama und Papa sagst, anstatt Elternteil 1 und 2. Und wenn du dann auch noch die Deutschlandfahne schwenkst oder sogar unsere Nationalhymne anstimmst, dann wirst du sogar von der Polizei abgeführt. Und ich meine, jetzt muss man nur mal eins und eins zusammenzählen, wohin das führt. Unsere Gesellschaft wird noch weiter gespalten und kriminalisiert. Ich meine, es ist doch völlig normal, dass sich die Menschen einer Gesellschaft in Links, Mitte und Rechts einordnen. Wenn aber dann gegen alles gehetzt wird, was rechts ist, dann kriminalisiert man nicht nur ganze Teile einer Bevölkerung, sondern man macht damit sogar das Gegenteil. Wir alle konnten das ja live in den letzten Jahren miterleben, wie stark zum Beispiel gegen die AfD gehetzt wurde. Um was ist passiert? Die AfD bekommt immer mehr Stimmen und immer mehr Mitglieder. Und da muss ich sagen, wieso raffen das die linken Politiker und guten Menschen nicht? Je mehr man auf eine ganze Bevölkerungsschicht draufkloppt und sie immer kriminalisiert, desto größer und desto stärker wird diese Gruppe. Aber jetzt, wo diese Kriminalisierung auch noch in unseren Schulen stattfindet, wo Lehrer den Schülern mit den richtigen politischen Einstellungen Bestnoten geben und die anderen Schüler diskriminieren, da ist wirklich eine rote Linie überschritten. Finger weg von unseren Kindern. Bis hierhin und nicht weiter.